Moin und herzlich willkommen zu einem dritten kleinen Video, vorbereitend auf 6.0. Es gibt ein paar Informationen zu einer neuen Operation, zu der neuen Operation, die mit 6.0 rauskommen soll. Da sind ein paar Daten aufgetaucht, die auch schon auf dem PTS sein werden demnächst. Und dort gibt es eine neue Operation und die ist natürlich auf dem Planeten Dxun. Wir sehen hier auch die anderen Operationen. Jetzt allerdings Dxun ist dazugekommen. Wir wissen, das ist irgendwie so ein bisschen mit Sherka verbandelt. Dementsprechend gucken wir hier mal rein. Wir haben hier in der Difficulty 1, haben wir hier 5 Bosse drin. Wir haben Holding Pens vorneweg. Wir haben den Huntmaster. Wir haben einen Hybrid Horror. Wir haben die Morphing Trandoshans. Wir haben die Pack Leader. Trandoshans, das sagt uns irgendwie schon, okay, wir haben ein paar Trandoshana gegen uns. Wir werden mal durchschauen. Ich habe die 5 Bosse hier oben in der Leiste mal aufgemacht. Der letzte ist ein Doppelboss. Der vorletzte, das sind 4 oder 5 Bosse gegen uns sogar. Wir haben natürlich da auch die Fähigkeiten hier schon mal mit eingetragen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mehr hier rein. Das ist hier der erste Boss. Wir laden mal das 3D-Modell. Das ist also hier so eine Krabbe erstmal im ersten Moment. Die sieht jetzt recht standard aus. Die wird sicherlich noch ein bisschen anders aussehen dann. Das ist aber so eine Krabbe. Das Ding nennt sich hier Lake Crab. Wir sehen schon, dass es Streiter. Das ist also auf jeden Fall der Boss hier an der Stelle. Hat auch ein paar verschiedene Fähigkeiten, die es einsetzt. Und ist dann sozusagen zusammen mit diesen sogenannten Holding Pens wohl irgendwie der erste Boss. Da haben wir hier also noch Motten mit drin. Da haben wir hier andere Viecher noch mit drin. Shadow Walker und verschiedene andere Ads, die irgendwie noch mit in diesem Kampf mit eingebunden sind. Wie das Ganze funktioniert, ist natürlich hier jetzt erstmal wenig oder schwer rauszulesen. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten Boss. Da haben wir auch irgendwie diese Holding Pens mit was zu tun. Also da wird der Boss vielleicht festgehalten oder irgendwas anderes. Werden wir sehen. Sieht auf jeden Fall erstmal ganz interessant aus. Wir haben also als erstes erstmal einen Boss, der relativ einfach aussieht. Hat nämlich nur vier Fähigkeiten, die ab und zu mal eingesetzt werden. Und das ist so eine Krabbe für den ersten Boss, denke ich mal, ganz klassisch. Dann gehen wir mal über zum zweiten Boss. Da haben wir den Huntmaster. Und der Huntmaster sieht aus, wie ein Huntmaster auszusehen hat. Nämlich sieht er aus wie ein, richtig ein Mandalorianer. Mandalorianer. Der hat schon ein paar mehr Fähigkeiten, wenn man hier reinguckt. Hier sind also einiges mit drin. Hier sind natürlich auch so ein paar Sachen drin, wo er denn irgendwie Einfluss nimmt auf andere. Und hier zum Beispiel Dispense Ad. Das hat eine höchste Priorität. Das wird also immer eingesetzt auf 20 Sekunden Cooldown. So musste man das lesen. Ist instant. Und da kommt halt irgendwie, kommen Ads. Und so sieht der ganze Kollege aus. Das ist also ein menschlicher Gegner, der wohl irgendwie mit Ads auch zu tun hat. Der hat ein paar Buffs mit drauf. Der hat einiges an Fähigkeiten. Dementsprechend da schon ein bisschen komplexer in der Mechanik sein wird. Wir sehen hier hinten schon auch hier. Das sieht so ein bisschen aus wie die Rückseite von einem Kopf von einem Trandoshana. Jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Jawohl. Ist jetzt die Frage, ob das durchguckt oder ob der Helm dekoriert ist. Sieht erstmal dekoriert aus so, dass er sich so die Kopfhaut sozusagen darauf geklemmt hat. Hier mit den Lederriemen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und das ist sozusagen der zweite Boss. Dann haben wir The Hybrid Horror. The Hybrid Horror hat erstmal keine Fähigkeiten hier mit eingetragen. Wir können allerdings uns das 3D-Modell mal anschauen. Und was sehen wir da? Ich würde sagen, Kifes ist wieder da. Also ein Trandoshana, der in irgendeiner Weise gegen uns kämpfen wird. Und ja, das sieht aus, als wäre hier nochmal Kifes am Start. Bringt also dasselbe Model wieder rein. Das wird vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Oder es bleibt dabei, je nachdem. Ja, das heißt auch hier wieder ein mutierter Trandoshana bei uns. Hier keine eingetragen, keine Fähigkeiten. Das fehlt eventuell noch. Aber das ist sozusagen hier eine interessante Sache. Da sind wir hier also beim dritten Boss, der Hybrid Horror. Dann haben wir hier die Trandoshans. Die Mouffing Trandoshans. Da seht ihr hier schon. Wir haben den Acer Trandoshan, den Fire Trandoshan, den Ice Trandoshan und ganz unten den Strength Trandoshan. Das heißt, wir haben vier. Dann haben wir Greus. Hier oben haben wir Hissifus. Dann haben wir... Na, Moment. Fire ist Greus. Genau. Dann haben wir Ice. Das ist Chronisus. Und hier unten haben wir Titax. Das heißt, wir haben vier Bosse gegen uns. Und die müssen wir natürlich auch entsprechend behandeln. Die haben jetzt alle erstmal dasselbe Model wie auch der letzte. Das sind halt auch wieder Trandoshaner. Und das wird sicherlich noch ein bisschen umgebaut, dass die nicht alle gleich aussehen. Das ist vom Model her... Also vom Grundaufbau des Charakters sozusagen sind die alle gleich. Ja. Dann nimmt man für einen Trandoshaner eben ein Modell. Und dann adaptiert man einfach bloß das Aussehen von außen. Hier haben wir auf jeden Fall verschiedene Fähigkeiten. Den Titax Strike zum Beispiel. Presence of Titax. Die werden wir hier oben beim Acer Trandoshan, beim Hissifus nicht finden. Da haben wir eben entsprechend hier so ein bisschen Caustic Plume. Also solche ätzenden Sachen und ähnliches. Wo wir dann beim Fire Trandoshan zum Beispiel hier eben Fire Blast finden. Also jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Und jeder hat dementsprechend auch seine eigene Mechanik. Und dementsprechend muss das Ganze dann in einer bestimmten Reihenfolge gemacht werden. Es gibt hier natürlich auch die entsprechenden Buffs, die das bedingen. Und damit haben wir eben vier verschiedene, gegen die wir gleichzeitig kämpfen müssen. Da muss die Gruppe also auch wieder organisiert sein. Und dann haben wir den Endboss. Und der Endboss besteht aus zwei Personen. Da haben wir den Pack Leader, einmal aus dem Charging Bull und aus Red. So, der Charging Bull, das sieht jetzt erstmal aus wie Thrasher oder Dresch aus Abschirm und Verkommenheit. Der dritte Boss ist vom Modell her jetzt erstmal ein Reek. Und dann wird das Ganze eben noch ein bisschen umgebastelt, dass das ein bisschen anders aussieht. Der hat erstmal drei Fähigkeiten, die Hörner und ein Zurichten. Und dann dementsprechend noch einen Standard-Nahkämpfangriff. Und der wird eben befehligt durch Red. Red hat kein 3D-Modell. Das heißt, entweder das haben sie nicht reingeladen mit Beabsicht, weil das vielleicht irgendwie Story spoilern könnte oder sowas. Oder es fehlt hat einfach noch, weil sie soweit nicht sind. Oder vielleicht haben sie es auch einfach vergessen. Wer weiß. Jedenfalls haben wir hier ein paar mehr Fähigkeiten, die noch ein paar Sachen können. Und damit haben wir hier den fünften Boss, den Endboss. Es gibt eine interessante Sache. Und zwar beim Boss, bei den Morphing Trandoshans, gibt es hier unten die Pain Train. Das heißt, es ist irgendwie ein Model. Das hat auch, ja, es ist ein weißer Block im Endeffekt jetzt aktuell. Es hat keine Fähigkeiten. Es ist praktisch, ja, es ist irgendwie eine Einheit, die da ist. Und halt durch die Gegend geht. Das Ding nennt sich Specimen Transport Tram. Ist auch Level 75. Aber halt halt die Einheit Trandoshans Pain Train. Muss man mal sehen, was das dann am Ende wird. Ist vielleicht auch bloß in der Cutscene zu sehen, dass die vier Trandoshaner dann eben entsprechend irgendwie mit dem Zug angefahren kommen oder sowas. Ganz interessante Sache allerdings, dass man da irgendwie so eine zusätzlichen Items oder Gegenstände Einheit noch mit drin hat, die hier noch mit dabei sind. Hier haben wir dann noch sowas wie Jump Target zum Beispiel. Das heißt, irgendeiner von denen wird springen und zwar auf einen festgelegten Punkt. Das ist der Jump Target oder Wall Target. Das sind halt Sachen, wo zum Beispiel, weiß ich, hinschießen, hinspringen, irgendwas anbringen oder sowas. Das sind da so festgelegte Ziele. Wenn man hier mal ganz nach vorne guckt, da sind hier auf jeden Fall einiges an Sachen drin. Da kann man mal schauen, was neu dabei ist. Ich packe euch einen Link unten in die Beschreibung. Könnt ihr da selbst euch mal durchschauen. Das soll es auf jeden Fall auch für dieses Video gewesen sein. Wir haben uns also mal einen ganz kurzen Blick geworfen auf die neue Operation und die Bosse. Natürlich bin ich sehr gespannt darauf, wie das werden wird. Dann auf den PTS freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und da dürft ihr mir auch gerne mal eure Meinung da lassen. Unten in den Kommentaren ist Platz dafür. Und da freue ich mich auch drauf. Und dementsprechend bedanke ich mich jetzt auch erstmal fürs Zuschauen. und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor Lohr und ich bin raus. Tschüssing!